Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie hier im Herzen der Wille-Rohren-Boch AG an der Saar in Mettlach, an der Stelle, an der die Hauptverwaltung allokiert ist. Mein Name ist Jörg Haagmeier. Ich bin verantwortlich für den Personalbereich der Wille-Rohren-Boch AG und verantworte den HR-Bereich weltweit. Ja, das Unternehmen Wille-Rohren-Boch beschäftigt weltweit rund 8.000 Mitarbeiter, davon über 2.000 hier in Deutschland, insbesondere am Standort Mettlach an der Saar. Wir haben von den Mitarbeitergruppen möglicherweise für Sie interessant eine ganz gute Mischung. Das geht von gewerblichen zu angestellten Mitarbeitern, vielen Akademikern, aber auch vielen Mitarbeitern, die eine klassische Berufsausbildung aufweisen. Und wir sind, denke ich mal, von der Mischung eben deswegen so gut, weil wir auch diese unterschiedlichen Bedarfe, die wir im Unternehmen haben, damit insbesondere perfekt abdecken können, dass wir die Auszubildenden für die besonderen Bedarfe in den Werken, aber auch für kaufmännische Berufe haben. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Absolventen der ASW, die sehr praxisnah ausgebildet werden und quasi in der Hierarchie darüber stehen. Und wir haben seit einigen Jahren sehr erfolgreich ein Juniorenprogramm etabliert, das sich insbesondere an Absolventen von Business Schools oder von Master-Schräg-Alt-Diplom-Abschlüssen richtet. Und dort rekrutieren wir insbesondere den künftigen Führungsnachwuchs unseres Unternehmens. Die Begründung, warum wir da differenzieren zwischen Absolventen der ASW oder Fachhochschulen und der Universitäten, liegt einfach darin, dass die Ausbildung nach unserer Auffassung da auch sehr differenziert. Wir haben die eher praxisorientierte Ausbildung im Bereich der ASW und der Fachhochschulen und haben auf der anderen Seite doch die mehr wissenschaftliche Tätigkeit der Absolventen, die von den Universitäten kommen. Dadurch können wir die Bedarfe, die es im Betrieb unterschiedlich gibt, ideal abbilden. Das gilt nicht nur für Villa Juan Boch, das gilt insbesondere für die Industrie im gesamten Saarland. Dort sollte man vielleicht noch hinzufügen, dass die universitäre Ausbildung oder Ausbildung an Fachhochschulen insbesondere auch für die Ingenieurberufe sehr, sehr wichtig ist und wir, denke ich mal, von der Wirtschaft gut beratend sind, ähnlich gute Angebote, wie wir sie heute haben, auch in Zukunft erhalten zu können. Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir sind als Unternehmen, aber ich denke mal, da kann ich auch als Vertreter der Wirtschaft hier im Saarland sprechen, sehr daran interessiert, dass wir ein sehr differenziertes Angebot beibehalten können von Absolventen, von Fachhochschulen oder Universitäten. Das führt ja geradezu zu der idealen Situation, dass wir auf die unterschiedlichen Bedarfe mit unterschiedlichen Personen und unterschiedlichen Ausbildungswegen reagieren können. Vielleicht lassen Sie mich an der Stelle noch einen Punkt ergänzen. Wir sind orientiert am deutschen oder am europäischen und Weltmarkt. Wir brauchen Mitarbeiter, die von draußen kommen und eine funktionierende Universitätslandschaft ist insbesondere für uns als Standort hier an der Saar mitentscheidend, überhaupt Mitarbeiter hierher kriegen zu können. Sehr häufig fragen sich die Mitarbeiter, wo liegt denn Mettlach, wo liegt denn die Zentrale von Villeroen-Boch? Und da können wir im Prinzip auf den Hinweis einer funktionierenden Universität, einer funktionierenden Fachhochschule und Bildungsbereiche doch sehr, sehr punkten, wenn wir sagen können, dass wir hier zwar am Rande von Deutschland, an der französischen Grenze liegen, doch eine sehr attraktive universitäre Umfeld und Landschaft hier haben. Die Differenzierung zwischen der Ausbildung in einer Fachhochschule oder in einer Universität ist natürlich nicht entscheidend für den weiteren beruflichen Werdegang. Unsere Erfahrungen sind so, dass wir in aller Regel die Rekrutierung für die einen oder anderen Bereiche in den unterschiedlichen Ausbildungszweigen finden. In den innerbetrieblichen Ausbildungswegen ist es aber vielmehr so, dass es natürlich darauf ankommt, wie die Mitarbeiter sich hinterher in der Praxis tatsächlich bewähren. Und wenn wir Potenziale erkennen bei Mitarbeitern, die einen Fachhochschulabschluss haben, dann werden die genauso behandelt wie Absolventen von einer Universität. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich auch als Vertreter oder ein Absolvent einer Fachhochschule hinterher Karriere in einer Führungsposition machen kann. Die Vorschläge des Wissenschaftsrats, denke ich mal, sind eine gute Basis für eine Diskussion, wie denn in Zukunft die Hochschullandschaft im Saarland insgesamt aussehen soll. Doch lassen Sie mich vielleicht zunächst mal was sagen. Generell ist es für mich noch nicht geklärt, inwieweit tatsächlich diese Sparbemühungen, die ohne Zweifel erforderlich sind für das Saarland, ob die unbedingt und richtigerweise bei der Universität ansetzen müssen. Hier sprechen wir ja über das Thema Zukunft, und zwar Zukunft des Saarlandes. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man nochmal in die Diskussion eintritt, inwieweit überhaupt eine in der Form vorgesehene Sparaktion wirklich Sinn macht, die bei der Universität durchzuziehen oder ob die Landesregierung, nicht Bundesregierung, sich nochmal Gedanken machen sollte, inwieweit es möglicherweise andere Stellen gibt, an denen sinnvollerweise gespart wird. Die Notwendigkeit, dass wir eine differenzierte und vielschichtigste Angebotsstruktur an Hochschulen im Saarland haben, ist zentral und wichtig für den Standort, den wir hier haben, und für die Attraktivität unserer zukünftigen Mitarbeiter. Und insofern würde ich da als Vertreter des Unternehmens generell darüber nachdenken wollen, ob das die richtige Vorgehensweise von der Landesregierung ist. Was das Thema der Business Schools angeht und der insofern gemachten Vorschläge, so denke ich mal, ist der Vorschlag auf alle Fälle zu diskutieren und sollte nicht von vornherein vom Tisch gewischt werden. Jedoch sollte man darauf achten, dass man, wenn man sich in einen Wettbewerb beispielsweise mit Business Schools der Universität Mannheim oder anderer begibt, dass man da hohe Ansprüche hat und dass man sehen muss, dass man sich in diesem Umfeld natürlich auch behaupten muss am Ende des Tages. Grundsätzlich würde ich empfehlen, dass HTW wie Universität des Saarlandes sich intensiv an diesem Prozess jetzt beteiligen, weil nur wer sich in diesem Prozess beteiligt und einbringt, kann Einfluss auf die Gestaltung haben. Und das wäre aus meiner Sicht das Sinnvollste, dass insbesondere HTW und die Universität des Saarlandes sich einbringen und Gestalten einwirken für die Zukunft. Das Thema der Akademisierung beziehungsweise Überakademisierung würde ich zunächst mal für den Standort Deutschland noch nicht so als problematisch betrachten, wie es viele andere tun. Wir brauchen bestimmt nicht solche Vorgaben wie in Korea, wo ich sage, ich möchte 80 Prozent eines Jahrgangs an die Universität bringen. Aber ich denke mal, dass die Mischung, die wir heute haben, eher zum Vorteil ist, wir haben nach wie vor hochattraktive Arbeitsplätze in gewerblichen Berufen, auch in kaufmännischen Berufen. Und wir haben als Villa Rohrenboch beispielsweise keine Probleme mit der Besetzung dieser Stellen. Ich denke, es liegt eher daran, dass die Unternehmen sich Gedanken machen müssen, wie sie attraktiv bleiben für Interessenten, die sich für eine Ausbildung interessieren. Ich denke, es geht auch darum, dass die Unternehmen ihren ausbilden werden. Und wir wollen die Unternehmen mit der